Was ist das? Das war ein Roma, da waren auch Kurden. Wir haben zusammen gefeiert und dann aber immer, wenn Alkohol oder Meinungsverschiedenheiten kommen, haben sie sich dann geschlagen. Und das fand ich so traurig, dass ich gesagt habe, das kann nicht sein. Warum kann man sich nicht alle an die Hände nehmen und alle miteinander verstehen und glücklich miteinander sein? Dann braucht man auch keine Kriege, gar nichts mehr machen. Und jetzt ist das wieder in Amerika passiert. Da habe ich mich an dieses Lied erinnert, habe ich gedacht, okay, Kalli, dieses Lied musst du nochmal vorstellen, dass es genau so ist, dass man sich an die Hände nehmen soll. Und hört euch diesen Song an. Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Wir glauben nicht, was wir nicht sehen und lassen uns den Kopf verdrehen. Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Wenn wir uns an die Hände nehmen, um füreinander einzustehen, zieht sich unser Kreis um die ganze Welt. Wenn wir uns gegenüberstehen Wenn wir uns gegenüberstehen, können wir uns in die Augen sehen, doch wir schauen einfach weg und gehen, als wäre nichts geschehen. Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Wir streiten uns um Macht und Geld Und Angst sieht um die ganze Welt Es wird langsam Zeit Es ist längst so weit Unsere Kinder Unsere Kinder sind das größte Gut Doch wir machen ihnen wenig Mut Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Sie streiten sich, weil wir es tun Und Hass schüttt ihre Wut Manche haben Glück Für andere gibt es kein Zurück Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Wir ändern wenig, reden viel Was ist das nur für ein Spiel? Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Wir glauben nicht, was wir nicht sehen Und lassen uns den Kopf verdrehen Wir glauben nicht, was wir nicht sehen Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit Es ist längst soweit Es wird langsam Zeit Es wird langsam Zeit